Alter, du lebst ja! Was hast du denn so lange gemacht? Wieso warst du so lange inaktiv? Was ist mit neuen Videos? Hallo? Ja, du weißt doch, wie es ist. Haushalt, Katze füttern, arbeiten, arbeiten. Arbeit hast du schon aufgezählt. Arbeiten. Jetzt hör mal auf mit deinen faulen Ausreden und komm mal in die Pötte, Junge. Nein, entspann dich mal. Schnapp den Controller und lass uns erstmal eine Runde zocken, Mann. Okay, aber nach der Runde machen wir uns ans Werk. Ja, ja, ist okay, versprochen. Erstmal eine Runde spielen. Versprochen. Sag mal, geht's doch? Seid habt ihr doch alle Latten am Zaun oder wat? Seid sitzt ihr beide da rum? Chill kurz, wir zocken eine Runde Trecken. Äh, ist das, ist das neue Tech? Ja, normal. Schnapp den Controller und komm bald schnell auf. Ja, da sag ich nicht nein. Boah, ihr seid ja so schlecht, ihr Leleks, ihr Noobs. Dass ihr überhaupt atmen könnt, ey, ihr seid so schlecht. Verstellt wenigstens nicht die Batterien von den Kontrollern, ihr Lappen. Was ist los mit dem? Ja, Mann, was schiebt er für einen Film? Junge, habt ihr jemanden im Zielgeschäft oder was? Halt mal nicht rum, gib mal die Popcorn. Wie hast du deine Popcorn? Was ist los mit dir, Mann? Wie, was ist los mit dir? Hast du deine Tage oder was? Du hast doch deine Tage. Bist du jetzt ein Anwalt oder was? Ja, bin ich. Nein, Mann, was erzählst du? Ach so, ihr seid jetzt beide gegen mich. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ah, ich verstehe, ihr seid jetzt beide Buddies. Okay. Nein, Mann, wir sind keine Buddies. Wie, wie, wir sind keine Buddies? Nein, doch, wir sind alle Buddies. Wir sind alle Buddies. Siehst du, was für ein Verräter der ist? Ich glaube wohl, ich höre nicht recht. Hallo, kommt mal beide runter. Du hast doch den Streit begonnen. Junge, ohne mich wüsstest du noch nicht mal, wie man den Controller bedient. Labert doch kein Scheiß, Mann. Ihr beiden Noobs könnt noch nicht mal mit dem Controller umgehen, Mann. Ihr seid einfach schlecht. Wieso bist du so aggressiv? Boah, wisst ihr was, ich hab keinen Bock mehr auf euren Scheiß. Zockt den Scheiß selbst, Mann. Ciao. Spielen wir noch eine Runde? Spielen wir noch eine Runde. Spielen wir noch eine Runde. pumps autum3 10 Minuten. Spielen wir nach oben.